Hallo und Herzlich Willkommen bei einem neuen Video. So, heute die Glossy Box, aber die Glossy Box Man. Und die ist riesig, wenn man mal sieht. Ja, er durfte nur nicht reingucken. Ich musste nur reingucken, ich musste durch den aufmachen, um reinzugucken, was ist denn das überhaupt für eine Box. Es kam so an und ich denk so, ich hab doch nix im Sale gekauft. Hä? Ich hab schon gedacht, da sind zwei Glossy Boxen. Und ich hab so, hä? Dann hab ich aufgemacht und hab gesehen, es ist die Glossy Box Man. Oh, guck mal. Erste Produkt. Ritual, also hier ist er erstmal in der Box. Genau. Weil, hat nicht alles in die Box gepackt. Hat nicht alles in die Box gepackt. Deswegen eine größere Umverpackung. Aber die sind schon schlechter. Du kannst auch die Umverpackung halten. So, Ritual. Ritual ist immer gut. Ja. Oh, geil. Ja. Wir haben ja das ganze Zimmer. Wir haben ja einen neuen Lieblingsdufter Rituals. Ja. Wollte ich mal zeigen? Ist jetzt ein bisschen off-topic? Oh, warte, ich warte. Ich schluss auf. Ich fällt mir die Ferse runter. Oha. Oha. Schaut mal diesen Kabummz-Man an. Dieses, das ist ja Rituals Oat und Patchouli. Und das riecht original wie, zumindest das Oat. Da haben wir ja auch ein Duftspray. Wie in der Hotellobby von dem Alp-Layla-Valayla Hotel in Ägypten, wo wir waren. Und jedes Mal man daran riecht. Aus und zu. Ich bin im Urlaub. Ja. So groß, groß, groß geraten. Ja. Boah, komm. Ich geh im Gummi jetzt hier. Ich bin echt ein bisschen riesig. Also ich hab nicht gedacht, dass sie so riesig sind. Ich bin echt ein bisschen riesig. Ich bin echt ein bisschen riesig. Also ich hab nicht gedacht, dass sie so riesig sind. Ja. Hier. Ja. Da ist schon mal viel Kühl dran. So. Ja, die wollen Abendessen. Die sind aber zu früh dran, die Kneippen. Dr. Barbour Lifting Cellular College Booster Creme. Sieht doch schon mal gut aus. So, da haben wir. Boah. Da ist er. Hier. Polar. Creme. Creme, das kann ich lesen. Der Rest ist alles so auf. The Ginowine Lapland Handcreme. Handcreme, ja. Handcreme. Aber was hat er jetzt genau für eine Hand? 25 Milliliter, 8 Euro. Mach zu. Lassen wir nochmal. Handcreme. Lassen wir nochmal zu. Ist hart. So. Isol. Isoliva. 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 Muss ich mal bissen näher haben. Isoliva. Black Label. Mann. neu. Oh. Le AJRI. Ist das nicht eins, was du schon im Schrank hast? Kannst du auch riechen. Vielleicht kann man das in eine Box mit reintun, wenn man die Verlose noch doppelt haben. Oh, was ist das denn hier? Ein Flechtchen, das hört sich interessant an. Würdest du eine Schere haben? Nein. Der Mann in ihm wird es so schocken. Körper und Massagebild. Aber was für ein? Dann weißt du, was da drin ist. Bergamotte. Ah nein, CBD. Ich liege dann deinem Haie auf dem Bett oder auf dem Körper? Ja, dein Rücken wird dann ein Haie. Ja, mein Rücken wird ein Haie. Geil. Sei du hast froh, es zu trinken. Nein, aber CBD Öl hat ja keine Haimachen-Sportse. Die sind ja da nicht drin. Das kostet 23 Euro. 223 so jens care jens care jens care anti hangover effekt effekt anti vier ampullen also wenn du so ein hangover hattest abends ein bisschen viel gesoffen hast dabei sind wir auch so die starken alkoholtrinker ja unser schrank wird immer voller und irgendwie was ich gerade sagen vier ampullen 14,90 so und letzte da freut der mann sich wieder einen wülpensenswort rasierer rasierer plus fünf klingen ball ist mal geil ich bin ja immer so der klingen fanatiker hier steht vintage classic rasierhobel steht hier ja genau ist so habe ich noch nie gesehen geil da bin ich mal gespannt da kann man auffahren ganze herrchen zucken ob das wirklich so stark ist da kommt ein messer rein aber so genau da muss ich erst mal durchgehen das habe ich noch nie gesehen kann mal gucken hier oh ist sogar richtig eingepackt die klingen ja ja hobel ja dann machst du bestimmt klar machst du so auf machst du ein messer zwischen und dann machst du wieder zu und dann kannst du rasieren das ist noch praktisch ein hobel ja da bin ich mal gespannt drauf ich würde noch was drin? nein ist leer ok was war dein was ist dein top produkt der rasierer der ist auch richtig hochwertig der ist auch richtig richtig schwer was soll der kosten? 9,99€ ok ist so mit so fast naja gut mit es sind nur zwei Produkte die günstiger sind am teuersten ist von warbor das 20ml 39,60€ das sind die wahnsinnig ja also ich finde das ist eine gelungene box und cpt-öl da bin ich immer drauf gespannt Handcreme die kann man sich immer schön in die Tasche tun vor allem wenn das so eine kleine ist auch noch genau ich meine ich bin mir immer von Rituals ja am Polen die nehme ich mal wenn ich zu viel gesoffen habe aber die trinkst du nicht Schatz die machst du die auf die Haube ja 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 das ist mir schon klar ja ne aber ich finde das ist eine gelungene box besonders wenn ich das mitsch will ich habe die ihm einfach bestellt ja ich wusste mal wieder wie der überhaupt nichts fängt ich habe gesehen die gibt es wieder dann habe ich sie bestellt für den Mann also ihr könnt gerne einen Kommentar da lassen genau schreibt uns was Nettes mir auch eine box haben oder was nicht Nettes oder was nicht Nettes die bestelle ich auch eine das mache ich nur mit denen ich zusammen bin ja also mit dir nur für dich danke only for you so dann war es doch schon wieder vor ja das war es schon es geht immer so schnell ja gut es ist ja es ist halt so das Leben ist schnell also genießt die Zeit genau wir sehen uns bis dann tschüss